Jo Leute, Raskier, willkommen zurück zu Tears of the Kingdom Folge 3. Gerade im Wassertempel gemacht. Oh, was gibt es hier? Und ich habe mich entschlossen, wir gehen in die Wüste als nächstes. Zorabain, ja! Wo gibt es das? Wo gibt es das? Er soll im antiken Zora-Heiligtum als Opfer für die Freundschaft von Zoros und Jörnlanda gebracht worden sein. Antiken Zora-Heiligtum? Oh, das wäre super. Das könnte ich sehr gut gebrauchen. Obwohl, könnte ich das gut gebrauchen? Aber ich brauche auf jeden Fall mal mehr Rüstung. Die Rüstungsteile, die ich habe, die sind alle Müll. Vor allem brauche ich meine Fee. Wenn ich mal ein bisschen was verbessern kann. Kau und danke für den Follower. Hallo. Moin, moin. Ach, ist das da unten, wo ich schon war, oder wie? Ein Heiligtum? Okay, das macht Sinn. Dann gehen wir da nochmal rein. Beinschutz. Okay, das macht Sinn. Okay, deswegen konnte ich das beim ersten Mal auch hier nicht finden, weil hier Wasser drin war. Okay, das macht Sinn. Hallo. Hallo, Robin. Oh ja. Ich wette, ich muss jetzt hier kämpfen. Ich wette, ich wette, ich wette, ich wette, ich wette. Juhu. Was ist das? Das war's für heute. 35, schön. Das war aber nicht der Beinschutz. Ich geh mal weiter. Von hier komm ich. Geht's überhaupt weiter? Wenn nicht, dann muss der hier irgendwo sein. Dahinter geht's weiter. Hä, macht er das automatisch? Das ist er doch. Na? Schön. 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 Und dann nach ... nach Westen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht, dass hier nirgendwo ein Schrein sichtbar ist. Hallo. Schreiner. Zumindest ein Krog ist da. Das war's für heute. Ach komm, das ist doch perfekt. Das war's für heute. Alter, wie precise muss man denn sein? Ja. Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute so ein paar Kommentare, die gelbe. So, gibt's hier noch Batterien oder so? Ne, ne? Bin ich immer gespannt, wie weit ich damit komm. Gar nicht weit, weil es gar nicht abhebt. Es hebt einfach gar nicht ab. Es geht nicht ab. Okay. So, jetzt brauche ich Energy. Fliegen direkt bis hoch zum Turm, ist mir egal wie viel Energie das braucht. Fliegen direkt bis hoch zum Turm. 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 Gute Besserung. Ich hab's gleich. Let's go. Ich werd perfekt hier landen. Oh Junge. Ich wäre safe in 2 Stunden noch nicht da oben. Das hat zwar viel Ressourcen gekostet, aber das hat sich gelohnt. Links ist ein Cyborg. Voll. Übelzer Cyborg. Ich muss ja gleich mal ein Jäckchen holen. Ist echt kühl. Kühler als gedacht. Ich glaub zu den Inseln geh ich direkt. Da war ein Stern. Da war ein Stern irgendwie. Okay. 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 Sag mir bitte, das hier ist ne Feenquelle. Ich glaub aber nicht. Ich glaub aber nicht. Ich glaub aber nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich glaube nicht. Ich vergesse Judith. Ich bin meine Geflisse. Ich bin mir nicht überrekt. Ich glaube nicht. Aber мне ist wichtig. Ich denke in den Tempo dich. Puh. Ich glaube nicht. Ich hoffe, da muss ich zu dir. Ich habe mich nach. jetzt ob hier nichts ist außer so ein paar kackschwerter wieso ist der hier in dem spiel ist halt nie irgendwas einfach so das hat immer einen sinn und zweck da gibt es eine schöne aussicht apropos aussicht gut dass du es sagst ich kann von hier oben mal schreien wie sie das machen da sind jetzt so was da muss ich eigentlich nicht hingucken da war ich überall schon so eher in die richtung das war der nächste turm wenn mich nicht alles täuscht den brauche ich nachdem ich am anfang nicht spucken konnte ohne ein schrein zu finden ist jetzt irgendwie also entweder habe ich nicht die weitsicht um das zu sehen oder ich sehe kann da sein aber sieht man nicht mehr so gut aber ich glaube in der nacht ist auch krasser willkommen zurück zu ulu airlines lehnen sie sich bitte zurück genießen sie ihren flug voraussichtliche ankunft in einer minute das wird eine harte landung ich sage es euch das sieht aus wie eine fee kommt bitte sei eine fee kann man was es ist aber es ist keine fehl kann aktivieren ich könnte echt eine fehl gebrauchen was soll ich jetzt machen also ja 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 doch mein Schild geht nicht in den Arsch das ist nämlich ganz schön knapp ermessen hier ok was ist das ein Schreini cool ok das war quasi eine Schreinquest könnte man sagen mit Spiel und Wochenendeinkauf sehr schön Sarah dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß genieße es ach ne ja 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 Das war's für heute. Ist da nichts drin? Frechheit. Okay, ich muss die ganzen Dinger kaputt machen. Ich seh das schon. Ich würde sagen, wir fangen von oben an. Scheiße, das habe ich mir dabei gedacht. Das war so clever. Erst mal Brunch. Wie er Steine wirft. Das war's für heute. Der macht Schaden. Das war's für heute. Das war's für heute. Junge das geht auch Sekunde Geil Ich muss aber jetzt aufpassen Ich habe echt gar kein Leben mehr Auch wenn das da oben wahrscheinlich der stärkste war Ich habe mich auf gar keinen Fall treffen lassen Ich habe mich auf dem Kopf Ich bin einig, ich bin einig Ich bin einig Nein, ich bin einig Oh, das war es. Schön. Junge, Junge, Junge. Das ist aber auch knapp oben gegen einen Gegner. Da wäre ich wieder sauer gewesen. Ah, war klar oben, ne? Ja? 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 Ich weiß gar nicht ob das Schwert hier im Kokiri Wald ist. Ich hab keine Ahnung woraufschwert ist. Geh einfach mal hin. Ja also der Plan ist jetzt erstmal Kakariko. das ist schlecht ich habe keinen bock im regen da den berg hoch auf gar keinen fall das ist schlimmste das schlimmste Was ist das? Was ist das? Was ist das? Waschen wir über Ganon? Nein. Kein Problem Cat, ich weiß ja, dass du arbeiten wirst. Gleich nochmal Energie holen, das ist echt wichtig. Weil er hier drunter versteckt war. Gemeinheit. Windes Schwinge. Mitgenommen. Um. Okay. Um. 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 das war doch die landung des jahrhunderts kein problem kein problem nehm ich 1 oder nehm ich 2 glaub ich nehm 2 weil ichs kann einfach weil ichs kann lu airline ist wieder unterwegs sonniger tag das wird ne super landung abschrumm oh ihr seid leider gegen die wand gefahren geflogen ah Ah... Steine Jacke geholt. So, was war denn bei Grün? Wieso bin ich dann bei Grün gewesen? Bruchland, nur ein Überlebender. Genau. Was ist denn das? Ich geh nochmal hier gucken, was hier ist. Da muss mehr sein. Oder nee, das hat ja dahin geführt und dann zu einem Schrein, ne? Stimmt. Da unten ist ein Schrein. Aber es war bei Grün, oder? Ach, auch ein Schrein, ne? Da ist, da ist Hateno. Ist gut, ey. Von so weit oben kann man echt gut sehen. Alles klar, Steven. Bis gleich. Ich weiß übrigens jetzt, was da T.O.T.K. Amiibo macht. Gibt auch nur ein anderes Segel. Alle vier Amiibos, die man benutzen kann, geben nur ein Segel. Also echt langweilig. Ausbruch. 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 Das war's für heute. und jetzt noch mal also das feature muss ich mich echt immer noch dran gewöhnen ich bin immer noch dass ich es nicht so ganz checke was ich machen muss langer zauberstab ich könnte jetzt was sagen aber ich lasse es mal ich habe einfach gedrückt was mache ich denn jetzt geschafft ich würde glaube ich hatheno strand hier ist hatheno ja ich glaube ich einmal durch den bau ah ne ich glaube nicht durch den berg fliegen ist echt so viel besser deswegen auch noch mal zweimal energie machen auf jeden fall was denn bei der quelle da hier kann ich beten ok das mache ich mir eben statue der göttin der weisheit die mutter göttin statue in der tiefen schlucht weiter wo soll die denn sein da da ist ein ganz schönes stück da ist ein ganz schönes stück ich glaube ich bin ich bin ich bin es ist ich bin ich bin Das war's. Wo ist denn der Turm hier für? Für das Gelände hier. Oh scheiße, schaffe ich es noch bis zu dem Berg da vorne? Nö, schaffe ich nicht. So weit bin ich nur gekommen. Das ist die maximale Reichweite. Das hat ja... Boah, ist doch schlecht. Ich hab gedacht, ich komm viel weiter. Ich hab gedacht, ich hab gedacht, ich hab gedacht. Ich hab' einen Wasserfall. Obwohl ist das wieder so kaltes Wasser, da ich da nicht rein darf. Ich hab' das lieber nicht. Ich glaub, ich will den Turm mitnehmen. Ich hab' einen Wasserfall. Ach du scheiße, Leute. Nee, dazu bin ich noch nicht bereit. Geh' mal weg. Sag mal, das ist aber nicht der Turm, den ich schon hab', oder? Nee, gut. Ah, wahrscheinlich ist viel schneller. Wenn ich von da aus laufe. Hm. Hm? 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, Reiseschild? Einfach besser als der Müll, den ich hier habe. Okay, weiter. Weiter. Ist das nicht die Schlucht, wo normalerweise der Drache durchfliegt? Und ist das da nicht... Ah, den Schreiner... Komm, ich hätte von dem Schreiner einfach laufen können. Ah, ist auch dumm. Naja. Ah, ja. Mal ein bisschen die Welt gesehen. Was soll's. Oh, nehme ich mein Pferd mit? Ich müsste echt mal ein Pferd registrieren auch. Ich glaube, das mach ich mal. Das hier zum Beispiel ist echt ein Pferd. Oh, oh, oh. Das hier zum Beispiel ist ein Pferd. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wie komme ich denn da hin? Bauen. Bauen, bauen, bauen. Da sehe ich mich. Wie besiege ich den denn jetzt ohne... Bomben und so? Löw, wie er den hier angreift. So, warte ich hier. Ja, Feuerstein bringt gar nichts. Okay, wir haben den ersten Stamm. Der ist sogar sehr lang. Lang und dünn. Okay, sehr gut. Okay. 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 Das denn? Nein, ist das okay? Reicht das? Also als Brücke auf jeden Fall, dann kletter ich einfach. Schön, 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 schön. Ich bin so schön. Ich bin so schön. Dann können wir jetzt auf jeden Fall. Ich bin so schön. Ich bin so schön, dass ich da bin. Ich bin so schön, dass ich da bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah ja, wenn da oben nicht mindestens noch zwei Schreine sind, jetzt gehe ich direkt da zu der Statue. Ah ja, wenn da oben nicht mindestens noch zwei Schreine sind, dann gehe ich direkt da oben. Das ist bestimmt da ein Berg drin. Ah, da wo früher die Wächter drin waren. Das ist auf jeden Fall noch ein Schrein. Vielleicht nehme ich den als erstes mal mit. Ah ja, da oben nicht mindestens noch zwei Schreine sind, dann gehe ich direkt da oben. Ah ja, da oben nicht mindestens noch zwei Schreine sind, dann gehe ich direkt da oben. Ah ja, da oben nicht mindestens noch zwei Schreine sind. Let's go. Spiel mit dem Feuer. Spiel mit dem Feuer. Das war's für heute. Ja, der geht durch den Eisblock auch noch durch. Witzig. Für so einen Kack. Okay, wo muss ich überhaupt lang? Da durch. Wie? 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 Ja, wofür? Da brauche ich schon einen riesen Eisblock Hä, wie geht die Tür auf? Ist hier oben nochmal ein Schalter? Was ist hier? Da oben drauf? Musste ich ihn ins Feuer legen? Den hier ins Feuer legen? Ich brauche die Steinplatte So wird ein Schuh draus Ich brauche die Steinplatte Ich benutze die Steinplatte nicht Rutscht Das reicht doch nicht Ich muss erstmal das Eis rausholen So wird ein Schuh draus So wird ein Schuh draus Aber ich habe den Schalter nicht gesehen, ne? Ich habe den Schatz gesagt Ich habe den Schatz gesagt Zum Master Sword Zum Master Sword Was hast du immer die ganze Zeit mit deinem Master Sword? Ich weiß nicht, wo das ist Also ich kann den Kokiri bald Wäre er actually hier Lass mich kurz das machen Dann mache ich den Schlenker hier hin Danke Steam Mach ich nach dem Stream Ich mache die Folge noch 5 Stunden Oder je nachdem Wie lange bis ich den Gerudo Ähm Titan habe Und dann äh Äh Hol ich das Paket Was haben wir denn jetzt? Wie viel Uhr haben wir? 11 Uhr? Kein Stress Ja meine Amiibo Wurde ich damit auch abgeben Und mein Ähm Switch Controller Von Tears of the Kingdom Mach ich heute Abend 3 Stories Let's go Immerhin gibt es hier keine Wächter mehr Wächter waren fies Wälder Oh oh, oh, perfekt. Kombinationsgabe, ja, das habe ich doch. Ist das wieder Klötzchen bauen? Das ist wieder Klötzchen bauen. Oh mein Gott, wie cool. Ich weiß sofort, was ich machen muss. Das ist so nice. Ich liebe das Spiel. Scheiße, liebe ich das Spiel. Das ist so nice. Oh mein Gott, das ist nice. Jetzt ein kompliziertes. Jetzt so ein richtig kompliziertes. Jetzt mal kämpfen. Ja, klar. Komm, ich will was richtig. Oh yes. Oder? Ja! Drei mal drei mal drei. Jetzt wird es spannend. Ah scheiße, ich weiß aber schon. Oder? Ja. 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 Nee? Ich würde am liebsten noch ein Rätsel davon machen. Wie nice! Mann, das war so nice. 80% der Schreine so nice. Es gab bisher eine Handvoll, die mir nicht gefallen haben. Und wie viel habe ich schon gemacht? 40 oder so? Ich will mir das erste Mal 2 bei Energy. Obwohl, wenn das Massifort gibt es eh nicht. Und wenn, dann weiß ich, wo es ist. 44 habe ich gemacht. Und da war nur eine Handvoll Kacke. Meiner Meinung nach Kacke natürlich, ne? Ja. 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 Das war's für heute. Okay. 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 Wir sollen Bericht erstatten. War das hier? Ja. Ja, oder? Ich glaub schon, dass es hier war. Scheiße macht das Game süchtig. Schon wieder fünf Stunden streamen. Wo ist die Zeit hin? Das ist nicht der Richtige. Doch, das muss der Richtige sein. Was? Hier muss ich hin? Was rede ich denn da? Ich hab das Gefühl, die Ladezeiten sind schneller. Kann das sein? Zehn Sekunden. Zum Krogwald. Ja, ja, ja. Gleich. Entspann dich. Entspann dich. Wir können auch hier auf Mission. Ja. 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 Okay, wir brauchen Naira. Dafür gehen wir wieder nach oben. Und dann warten wir mal, bis der scheiß Drache kommt. Und der kommt immer nachts, oder? Zumindest war es bei Berser of the Wild so. Ist grad Nacht? Steht die Uhrzeit? Nee. Die Flur haben wir. Ach. Morgens früh. Okay, wir machen mal ein Feuerchen. Das ist's. Weilen sie. Die Flur sind jetzt bei mir. Und dann bin ich in der Zeit. Und werfen wir uns weiter. Das ist aber nicht Neidra, oder? Doch! Der ist ja ganz schön weit weg. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Jetzt kommt da auch noch ein Stern runter. Das schau ich doch niemals. Ich habe von einem blauen Drachen geredet. Stimmt, es gibt einen blauen, einen gelben und einen roten. Dann kann es ja nur der sein. Okay. 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 Das war's. Trevali? Nein. Ich hab's Gefühl, als würden die Drachen jetzt immer rumfliegen, oder? Guck mal, der fliegt da die ganze Zeit rum. Und nicht nur zu bestimmten Uhrzeiten. Der fliegt... Einen Bogen, oder so? Der fliegt da die ganze Zeit rum. Schöpfung. Das wäre bei Lotto, oder was? Das wäre bei Lotto, oder was? Soll ich zwei nebeneinander machen? Das wäre bei Lotto. Nein, bin ich blöd. 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 So, kinder kriegbar einen kurzen Timeout. Sollte, ich kann ihn markieren. Da ist er. Kann ich ihn auch so markieren, dass die Markierung mitfliegt? Nee, schade. Ach, da ist er. wo ist da eigentlich der turm ist auch tag ich würde sagen ab zu dem turm fuh wo kriegen wir schon noch so so Was ist das? Da sind Kroki, der Hilfe braucht. What? Da oben? Ja, ja. Regen ist immer noch der Feind. Hallo Donnie. Regen ist immer noch der Erzfeind. Oh, hier ist das schon. Oh, hier ist das schon. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wann ist das ein Kackwetter? Ja, ja. Tja, ja. Tja, Tja, ich weiß nicht. Tja, Tja. Tja, Tja. Okay. Das ist schon wieder einer, der so ein Schild festhält. Irgendwie an jedem Schild ist ein Typ, der das Schild festhält. Echt witzig. Das sagt doch nichts anderes. Das sagt nur, ich halte dich. Richtung. Das sagt nur, ich halte dich. Ich dachte schon, der greift mich an. Das passt schon auf, dass das Schild nicht weg wird. Na klar, dass hier Dauerregen ist und ich dann da nicht reinkomme. Okay, wie macht man was kaputt, wenn es die ganze Zeit regnet? Wie verbrennt man was, wenn es die ganze Zeit regnet? Kann man es forcen, dass es brennt? Auch wenn, wenn die nicht wollen. Was ist, wenn ich mir kurz mal unbegrenzt Dingsbums rein? Für die Wissenschaft. Also irgendwann muss das Wasser weg sein und irgendwann muss es brennen. Nö. Nö. Einfach nö. Okay. Ich baue ein Dach. Ich baue ein Dach, ich baue ein Dach, ich baue ein Dach. Das ist gar kein Problem für mich. Ich baue ein Dach, ich baue ein Dach, ich baue ein Dach, ein richtig schönes Dach mit einem großen Ballett. So. Gut, da ich meine Feuerwaffe jetzt verballert habe und ich jetzt kein Feuer mehr habe. Ich lieb's. Feuerfall. Oder Waffe mit Feuer. Oh oh. Mein Dach brennt. Auch. Aber hat geklappt. Mit Benzin übergießen. Den Vorschlag finde ich gut. Fackel hat den ganzen Turm ab. Fackel hat einfach den ganzen Turm ab. Ein Dach. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich will direkt an dieses Wasser ZDF, 2020 ZDF, 2020 Gut, hier ist wieder einfach gar nichts Wo ist eigentlich Kakariko? Wenn da Hateno ist Das wird auch irgendwo Kakariko sein Oder direkt unter mir? Ja? 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 Das war's für heute. Da ist auch schon der nächste Turm Da oben ist auch irgendwas Bis später Maddy Nicht auf die Insel Die auch nicht Wir sind bei den Zwillingsbergen Ich bin gespannt, was der zu bieten hat Kampftechnik Schild Kann man den Schild machen außer blocken Ich will ja einen Fernangriff Okay Wie soll ich mich gut darauf vorbereiten Na das war zu früh Ausgezeichnet Zwei Das geht nicht langer, das probieren mit deinen Schildungen zu reflektieren Das war ein bisschen früh Was soll ich probieren Was soll ich für die Schnee Um Das ist das Alle Techniken gemeistert. Das bestimmt Müll. Oh Mann, 50. Ja, schön. Finde ich aber gut, dass es jetzt auch Schreine gibt, die dir Kampftechniken beibringen. Das ist ja eigentlich, also alle Zeldas, die mir jetzt gerade so einfallen, gibt es eine Art Tutorial, wo man lernt, wie man Angriffe einsetzt. Hatte mich sowieso gewundert, dass im Breath of the Wild gar nicht gesagt wurde, wie irgendwie was funktioniert. Wenn da so ein Stall ist, müsste ja eigentlich auch ein Schrein sein. Oh Mann. 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 sehr gut. Trommeln! 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 Ich habe auch wieder Ideen, Leute. Trommeln? Ja, ich habe den ersten Teil durchgespielt. Trommeln! Ich habe noch nie was von Trommeln gesehen oder gehört. Trommeln! 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 Wieso trommeln? Ich check's nicht. Keine Ahnung. Also ich gar keine Ahnung. So, jetzt die Frage, wo ist hier der... Wo sind die Türme? In der Pflanze ist die Fee, ja. Und die sagt, die kommt nur raus, wenn die das Trommeln hört. Keine Ahnung, was ich mit Trommeln meinte. Keine Ahnung, was die mit Trommeln meint. Keine Ahnung, was ich mit Trommeln ist. Ich geh morgen wieder früh live hier. Ach, Lu. Wieso? Weißt du, wie es geht? Wenn du weißt, wie das geht, dann sag. Mach die Trommeln. Es gibt tatsächlich Trommeln. Du Scheiße. Steven, Google mal. Das ist mit einem Haufen Nebenköst verbunden. Ach du Kacke. Hab es gegoogelt. Na super. Ist das denn die einzige Fee, die es gibt? Das ist die einzige Fee, die man so finden kann. Das ist die Fee, die man so finden kann. Das ist die Fee, die man so finden kann. ed Das war's für heute. Das war's für heute. Das klingt doch schon nach dem ersten... Muss man dafür in den Untergrund? Das klingt schon wie das erste Video für YouTuber. So bekommst du deine Fee. Wie viele Steps sind das? Und dann sag mal, wie lange ich dafür brauche. Dann mach ich ein Video im Video. Aber krass, dass es da jetzt schon Geiz für gibt, ne? Am Releasetag. Vier Steps sind das. Das klingt doch machbar. Lass mich die beiden... Lass mich die beiden... Türme holen, da kann ich auch überall hin. Und geh mal Pennchen. Geh mal Pennen. Hm. Hm. Geh mal. 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 Das war's für heute. Ich muss ja sowas erreichen. Was das so geht. Keine Ahnung. 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 Nee, du sollst das mal zusammenfassen im Groben. Dahin, das machen. Dahin, das machen. Dahin, das machen. Einfach mal ganz grob. So, dass ich einfach mal einen Überblick habe, was gemacht werden muss. Und ob ich da überall schon hin kann. Wenn da jetzt steht, du musst hier einen Untergrund und alle vier Titanen schon haben oder so, dann fällt das halt eh flach. Aber wenn das einfach nur irgendwelche dummen Stall-Nebenmissionen sind, dann einmal ganz kurz was wir machen. Such ein Pferd, verkauf ein Pferd, such drei Frösche, sowas. Einfach mal ganz kurz zusammenfassen, was ich machen muss. Damit ich einschätzen kann, ob ich das jetzt mache oder nicht. Ich check das nicht. Ah, warte. Ich check's vielleicht doch. Ich check's doch. Ich check's doch. Boah, wenn das funktioniert... Dann mega. Tatsache. Find ich verrückt. Wer hätte gedacht, dass das funktioniert? Ich nicht. Geil. Ich entgeечь. Ich alleine. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. bei shiko in den steuern keine ahnung sagt mir nix aber ich hab ja guck mal ich hab das doch ich habe nicht so viel von der karte den und den turm habe ich jetzt noch schick den guide mal bei discord.com ich gucke einfach selber eben während der ladezeiten und und Das war's für heute. Junge, du bist eingesperrt. Oh! 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 Okay. Ich hab' mich erschrocken. Ja, 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 ich hab mich erschrocken. Ja, ja, ich hab mich erschrocken. Oh, Topaz hat sich tatsächlich gelohnt. Wie aktiviere ich jetzt den doofen Turm? Den muss ich tatsächlich rüberfliegen, ne? Ja, ich hab mich erschrocken. Ja, ich hab mich erschrocken. Ja, ich hab mich erschrocken. da gibt es keine bilder oder ich kann die bilder nicht sehen kann die bilder nicht sehen, das ist schlecht oh komm schon, stop Oh, oh. So, wieso funktioniert dieser Turm nicht? Ist irgendwas kaputt? Okay, es war tatsächlich der Typ, den ich retten musste. So, wieso? 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 Und er scheint runterzukommen. Oh, der kommt richtig runter. verschwindet der gerade irgendwo 21 uhr geht der den boden rein aber was macht er da gerade die stelle merke ich mir da werde ich gleich campen gelb kann wieder was aus dem himmel das brauche ich auch wenn er wenn der turm nicht direkt aktiviert ist dann muss ich mal ganz guter denken wollen sternen schopper wichtig ganz wichtig alter ist das weit weg das ist ein hinox weiss ich hinox stahlox stahl stahl stahlos stahl onyx so Oh, Stahlrohne ist dieser. Den Weg werde ich aber rüber schwimmen können, oder? Jetzt wird mehr Energie. Sternensplitter, wichtig. Wichtig, wichtig. Guck mal, ich kann sogar wieder hin. Aber ich kann nicht hin. Muss ich echt wieder hinlatschen. Liebes. Ja, wir sind jetzt ein bisschen warm. Wie viel Grad haben wir denn jetzt? Wir haben auch 17 Grad, 18 Grad. Okay. Höhle, Pilze sammeln. Ich muss auch dringend mal jetzt Energie holen. Ich hätte jetzt schon zwei Balken komplett. Pilze, ja, der Typ da wollte Pilze. Da unten in der Höhle. Da in die Höhle muss ich. Ach, wenn ich unter dem Turm bin, kann ich das Ding machen. Ausatmen. Das war's für heute. Könnte passen, oder? Nein, noch weiter nach da. Hier ist perfekt. Das war's für heute. Man, ich kann mich über Bernstein und so gar nicht mehr freuen, richtig. Ich gebe ihm zur Post. So, jetzt bin ich hier drin. Kann ich den jetzt aufmachen? Was ist denn da hinten schon wieder am funkeln? Ist da nochmal einer runtergekommen? Schaffe ich niemals in der Zeit. Dankeschön. Dankeschön. Nur eine Banane. So, jetzt müssen wir doch hier auch irgendwo Kakariko sehen, oder? Ich muss unbedingt nach Kakariko. Zumindest zur Kakariko Brücke. Hier ist Kakariko, ne? Das hat mich nicht alles täuscht. Ja. Hier ist Kakariko. Das schaffe ich niemals. Das schaffe ich niemals zu dem Stern da noch. Bis 5 Uhr. Deswegen gehen wir nach Kakariko. Das schaffe ich niemals. Ja. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf und ab, hin und her Was macht das? Ach, das stellt sich immer auf Ist ja Oh, das ist witzig, glaube ich Ich bin wieder hochgeklettert Anstatt hoch zu Dingsen Nicht hoch zu Bis schon Echt da drüben bin? Wann komme ich dann wieder rüber? Ich meine, da hinten ist auch eine Kiste Also ich bin... Sicherheit Ach ja, hier oben ist er auch ein Tra... Ja, 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 das ist easy Easy, das ist easy Ach, scheiße, die Kiste Wie sieht das aus, wie ich eigentlich immer mit dieser Kiste Ich bin direkt reingetroffen Bluten und Leveling Ja, wenn es so wäre Aber das ist ja leider nicht so Hä, wofür habe ich da... Hä, ich komme doch einfach... Soll ich mich selber darüber katapultieren, oder wie? Weil sonst würde ich kein... Hä? 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 Das ist doch nichts mehr Das ist doch Ende Wofür brauche ich das Ballding da oben? Oder ist das automatisch dran? Ich glaube, das ist automatisch dran, ne? Deswegen Ich glaube, das ist toll Okay. Is this whole good move? Nee, auf gar keinen Fall ist es hoch genug. Okay. 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 Ist das jetzt weg? Wenn das weg ist, habe ich ein Problem. Ist weg. Ist einfach komplett weg. Da ist es. Okay. 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 Oh Mann, 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 ey. Hilfe! Länger machen für mehr Schwung. So ist es, Melina. So ist es. Ich habe es geschafft. Ich bin Profi. Oh Mann, 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 Mann. Oh Mann, mach mal viel. Okay. Ah. So, zwei Dinger Ausdauer müssen jetzt erstmal reichen. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch einmal Herzen. Falls man wirklich irgendwann wieder Herzen braucht, um irgendwelche Sachen aufzumachen. Wenn ich hier mal noch sein kann, dann können Sie die Arschung bauen. So, wie viel ich meine Geräte habe, wenn ich hier wieder auf keinen宝 hallo bin. So, dass ich dann gut hierzu gehen möchte. Dann gehen wir auch mal. So, dann gehen wir wieder auf zwei Arschung. Dann gehen wir wieder in die Karte. Jetzt können wir den Ahren machen. So, dann gehen wir nach. So Impa, gibt's ich noch? Hier gibt's gar nichts, übel Bohrring. Hier gibt's gar nichts, übel. Die Frage ist, gibt's hier irgendwas spannendes? Hier gibt's gar nichts, übel. Geh mal dahin, wovor die große Fee war. Gucken was da ist. Diese Ruinen interessieren mich jetzt erstmal nicht so. Ach, hier ist ein riesen Loch. Okay, guter Fee, dann ist hier keine Fee mehr. Freut mich, Kevin. Freut mich. Schönes Wochenende wünsche ich dir. Ein ganz angenehmes Wochenende. Noch neuneinhalb Stunden, Hilfe. Hilfe. Ach, gelb war nur der Stern, ne? Okay. Geh mal zu rot. Gut. Hier ist auch schon nächste Woche nur drei Tage. Steve muss natürlich wieder auf die Kacke hauen, ne? Und uns auf die Nase binden, dass er Urlaub hat. Ey, war hier nicht ein Jiga-Versteck drin? Mit noch nem Jiga-Set. Ach du Scheiße, da ist ein Drache drin. Na gut, dann drache du mal. Da ist ein Drache drin. Müssen wir uns merken, in der Arena, da ist noch ne Fee. Braucht ihr auch die Trommel? Hier war die erste Fee, oder? Meine ich? Ratier mal so ein Wasserbecken. Bei den Bergen direkt, oder? So, was willst du? Die will ne Flöte. Ach du Kacke. Okay, Trommeln, Flöte, Harfe, nochermas bestimmt. Hilfe. Gute Führung. Oh, yes. Ja. Ah, okay. 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 Mach auf, mach auf, mach auf! Die Leute sind... Der Lotto-Loo. Diesen Donnerstag ist ein Feiertag? Ganz Deutschland oder nur bestimmte Regionen? Vatertag? Ja, aber ist das ein Vatertag? Naja, aber das ist nicht überall Feiertag. Bei uns ist das kein Feiertag. Oder ist es bei uns eine... Guck mal bitte NRW. Klar, ist ein Feiertag. Komme ich jetzt da hoch am besten? Ne, Donnerstag ist kein Feiertag, das wüsste ich. Bei euch? In NRW auch? Geil, dann nehme ich Freitag auch frei. Donnerstag bis Sonntag Zelda durchsuchten. Zusätzlich. Zusätzlich. Zusätzlich zu meiner normalen Sucht. Ich finde es irgendwie komisch, dass es keine... äh... Kein Schrein-Sensor mehr gibt. Noh, weirdos, leer nhi payments. Ja? 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 dick dog die dick dog hängebrücke meinte da drin ist was spannendes spannend meine ich schreien ab 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 Ah? Oh. Hm? Oh. Hm. Ah. Oh? Oh. Oh? Oh? Ah. Haha. Eine Chili. Du bist ja sehr großzügig. Die Frage ist, wo ist der Turm? Ja? 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 Wo ist dein Freund? Da oben? Easy. Was kriegen wir hin? Ja, ja, ja. Was kriegen wir hin? Da oben! Das gehen wir hin! Das gehen wir hin! Ja? 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 Hallo, Thomas. Hier ist gar nichts von der Jäger weg. Ich hätte echt mal langsam die Mission fährt machen sollen, da ich überall zu Fuß hin laufe ist halt echt auch uneffektiv. Warum uns nicht rein? Okay. 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 Weiß doch, alle guten Dinge sind drei. Okay. 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 Dann wird der Steven Fuchsteufels wild. Ich hasse klettern. Wut? 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 Was ist das? Mach ich das nur oder gibt es die Stadt nicht mehr? Ich sehe sie nicht. Was sieht aus? Nein. Was ist das? Wieso Fähigkeiten-Tausch? Was ist das? Cooler Schrein. Was hat Briga-Runden für eine Fähigkeit? Was hat Briga-Runden für eine Fähigkeit? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll und will. Kugelsicher. Was hat Briga-Runden für eine Fähigkeit? Was hat Briga-Runden für eine Fähigkeit? Was ist das denn für Viecher? Was hat Briga-Runden für eine Fähigkeit? 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 Das Briga-Runden für eine Fähigkeit? Was hat Briga-Runden für eine Fähigkeit? Das 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 Briga-Runden für eine Fähigkeit? Was ist das? Doppel Motor. let's go so schön mit volldampf voraus okay da kann ich jetzt immer wieder hin porten ich hole jetzt erst mal den den das sind den den ich brauche ja das den ich brauche es macht mehr sinn glaube ich hier hoch und dann hier gucken 51 schreien habe ich schon euch bald die hälfte falls 120 gibt aber stimmt gibt es mehr oh da ist noch ein schreien da unten ist noch ein stall da müsste da eigentlich auch noch ein schreien sein es kann kein stall würde ich eben lang laufen außer ist das ein schreien in dem wasserfall möglich aber so Das war's für heute. Was ist das? Was? Da ist der Turm, ist er noch ewig weit weg. Ist echt komisch ohne Schreien, Scanner. Knapp. Gleich bin ich da. Ah. Geht weg. Weg. Wo willst du denn hin? Da hoch? Das kriegen wir doch hin. Oder auch nicht. Weg. 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 Was ist das? Ach komm, so fett bin ich nicht. Ist er so dick? So dick und schwer. So dick und schwer. So weiter zum Ding. Okay, und wo ist die Plattform? Okay, ich muss erstmal nach oben. Sag nicht, ich muss einen basteln. Kann ich einen basteln? Aber wo kriege ich Ketten und so her? Nee, oder? Warte. Vielleicht reicht auch schon so ein Ding. Einfach so. 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 Wo ist es, ich denke. Oh Gott. Wo ist das Problem? Als ob das da festhängt. Wo ist das Problem? 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 Wo ist das? Wo ist das Problem? 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 wäre. Ach und das Labyrinth ist jetzt oben in der Luft. Ich check's. So, wo war der Schrein? Da. Direkt da. So, wo war der Schrein? Ich glaube so was in der Art hatten wir schon mal. Reicht das schon? Ne, wollte schon sagen. Aber man konnte das da so drüber legen. Geht jetzt leider nicht mehr. Ist aber auch egal. Ich muss nur ein bisschen warten. Und dann mache ich hier einfach Rückwärtsgang. Okay, nein. Das muss durchgehend laufen. Kann ich hier aneinander kleben? Ja, kann ich. Gut. 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 . Gut. Hä, wieso geht das nicht? Oh, look at us. Aha, eine Kiste. Sehr elektrisch. Tschö. Ne, schade. Was soll das gehen? Also ich hätte eine Idee, aber das ist nicht die Lösung. Was soll das gehen? das ist ja auch nicht die lösung würde mich arg wundern wenn das die lösung war ich von unten was mitnehmen gab es deswegen das schild was kann ich das hier mitnehmen ach ja ok brauche ich auch nicht gut wunderbar wunderbärchen einfach mal ein ding abgemacht aus der vorrichtung die frage herz oder energie energie schon sehr gut so dann gehen wir mal zu grün oder oder rot wie kam ich denn da hoch mich vielleicht von hier aus zu rot am besten hallo jojo wer ist das denn interessant wohl ich könnte auch mal so eine fluginsel hier mitnehmen wieder ich schaffe wirklich da landen glaub fast nicht mal war auch sich gut aus hier ist doch nix hier müsste ja wenigstens ein croc sein sonst lohnt sich die insel ja dafür gibt es sonst die insel richtig nutzlos war ich nicht auf der insel schon nö guck mal kurz noch mal so ein typ der war ich platt der mache ich platt nicht cht nicht 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 oder eine würde das ding gerne direkt mitnehmen weil ich bestimmt brauche gegen den ja Ah, das ist schon. Brauche ich meine... Da. Wo ist das Ding? Da. Schnell hin! Ach, nö. Nicht so knapp. Hey, wo ist das Ding? Okay. Oh. Geschafft. Scheinwerfer gibt es auch noch. Alte Karte. Es sind schon vier Stück. Ich bin gespannt, was man damit macht. Schatzsucher, du. Ja. Ja. Kraftübertragung. Nein. Das war's für heute. 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 Bleib dabei, die Schreine sind echt cool. Wir haben noch den kompletten Untergrund, den man sich angucken muss. Ich meine, in der Luft habe ich ja mir hier und da schon mal was angeguckt, aber Untergrund noch komplett. Das war's für heute. Boah, zu grün ist aber ein weiter Weg. Ich war noch nicht im Krogwald, Jojo. Immer noch nicht. Könnte ich aber eigentlich mal machen. Bei ein paar mehr Waffen mitführen wäre schon ganz gut. Hä, es gibt immer noch Krogs und die gleiche Mechanik wie vorher mit seinen Waffen-Dings größer machen. Da hat sich nichts geändert. Ist genau wie im Pressure to Vault. Ganz genau gleich. Das war's für heute. Kann ich nicht ernst nehmen, wenn du sagst, davon hängt deine Kaufentscheidung ab. Das macht gar keinen Sinn. Das sind vielleicht 5 Minuten von einem 100-Stunden-Spiel. Weil du 100% machst vielleicht 200-300 Stunden. Und da regst du dich rüber auf, dass du 5 Minuten lang klicken musst, wenn du alle Krogs haben hast. Wenn du alle hast. Ist ja meistens aufgedröselt. Du machst hier mal 5, da mal 5, da mal wieder nur 2. Und irgendwann gehst du nur für ein Upgrade dahin. Als ob du jetzt 900 Krogs-Track am Anfang sammelst und dann zu dem hingehst und dann 5 Minuten klicken musst. Also, kann ich nicht ernst nehmen, die Aussage. Sorry. Ich bin jetzt 16 Stunden im Spiel und hab 40 Krogs haben. Selbst, sag mal, du bist richtig krass in Krogs sammeln und hast dann 100. Ja, dann bist du halt 5 Minuten am tippen einmal. Oh, doch. ... ... ... ... genau das was hängen sagt also ich werde jetzt hier im let's play alle schreine machen alter sind hier viele äpfel oh mein gott die können ja wieder laufen aber die ganzen crocs werde ich da machen wenn ich das lösungsbuch habe ich glaube ich weiß nicht was ob ich es überhaupt mache weil es so nutzlos ist wenn meine waffentasche voll ist und schilde und bögen so zwei reihen reicht das vollkommen deswegen mal gucken ich weiß nicht ob ich alle crocs mache und ich 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 mich ich ich Das war's für heute. Kamera, kannst du mir ein bisschen was zeigen, wo ich hinguck? Danke. Okay. 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 Das geht hier schon. Ich dachte, ich muss richtig cool machen. Ich hätte einfach nur dahin legen müssen. Es ist schlecht. Ach! Ja. Okay. wie der blutmond ganz schön oft ne weil ich so viel spiele oder haben die das erhöht also krockwald und ich will den drachen auf jeden fall noch in der folge holen ja krockwald ist da und jo ist nach norden da wäre auch noch ein turm die türme stehen echt alle ziemlich kacke ich will alle türme haben habe ich das nämlich schon mal aus den schuhen wenn du alle türme hast dann hast du eine sorge weniger ja ich ja ich ja ich ja lol da fliegt sogar noch ein Drache man muss einen Drachen in der Luft besiegen nein Pass-on Schrein kann es sein, dass es bei den Goronen nicht mehr übel heiß ist? Schrein Schrein zu fuß da unten lang hätte ich schon viel viel länger gebraucht hat sich gelohnt so schnell hochklettern das geht der ist safe auch wieder kaputt oder so wieder mit einer höhle von unten das wird sich ja gerade hier anbieten im berg so Ich sehe keine Höhle im Berg. Ich komme oben rein. Deswegen war auch das Ding oben weg. Coole Alternativen, ne? Bei dem einen von unten, hier von oben. Nicht zu schwer, aber auch nicht zu langweilig. Ich sehe die Höhle im Berg. Was war denn da für ein Labyrinth oben? Das kann man nicht überspringen. Krass. Ich meine, man muss auch nur achtmal machen oder so. Guck mal, in der Luft ist es gar nicht so viel. Das ist echt wenig. Also hier wäre direkt eine Insel. Wie ein Stein nach mir wirkt, er sagt. Okay, das. Alter, da ist ein... Okay, komm, wir machen das. Ich will nicht schreien. Gesicht. Gesicht. Alter, da ist ein... Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Wie ist das? Ich will nicht. Oh. fliegen können ja zum glück nicht oh man ist oh man okay 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 save what's Wenn wir vier davon an einer Stadt der Götter übrigens vertieft sich dann für zu den Waisen. Krass erste, einfach random gefunden, voll gut. Da gibt es bestimmt auch nicht viele von. Und wieder selber bauen. Hm. Wahrscheinlich ist in jedem Gebiet, wo diese Inseln in der Luft sind, irgendwie auch ein Schrein da. Der will wieder sein... Dings haben? Ach nee, okay, let's go. Ich dachte, er will wieder so ein Kristall haben. Oh. Toll, es gibt einen Zweiend, aber keinen Stein. Muss ich meine starke Waffe benutzen? Was für eine Verschwendung. Oh. 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 es wäre echt zu schreien was zum schreien was habe ich gesagt ja denke ich mal also jedes gebiet hat ja irgendwie in der luft schrei in der luft inseln und bisher war ich fast immer irgendwie ein schreien dann auch da oben kann auch sein dass hier auch noch crocs sind und so aber schreien auf jeden fall das habe ich ja bisher gesehen so ok wieso habe ich hierhin ballert weiß ich auch nicht irgendwie ist hier nichts und Nötig. also hier ist es wärmer aber ob es wirklich heiß wird das freut mich joe freut mich ich muss ja eben pinkeln gehen blase ist so voll das freut mich Amen. 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 Ich weiß schon. Okay, stopp. Du musst an die andere Seite. Das war es schon. Okay. Einfach. Easy peasy. Acht. Acht. Nämlich, ich glaube ich nehme nochmal zweimal Energie, weil Fliegen ist ja so huge. Acht. Ouh. Acht. 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 56 Schreiner. Zwei hole ich jetzt noch. Oder gehe ich noch mehr auf Herzen? Die zwei schreien ja noch. Krogwald. Findet auch kein Ende, ne? So viel zu tun. Renten wäre auch der nächste. Turm. Krass. Hinterm Krogwald ist der Turm. Krass. Ok. Okay, bitte. Kanche ... Orang, Gegen den Strom. Oh, okay. Oh, okay. Oh, doch, Gerd. Gut. Das auch? Oh, der zieht ja einfach alles. Wieso? Du, 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 du. Du, 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 du. Boah, das ist ja nervig. Sollen wir da auf dich stehen können? Come. Meine Augen, 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 Augen. Oh, okay. Okay. Let's go. Let's go. Was ist das denn für ein lustiger Laden? Ist das ein Laden? Aus wie ein Laden. Zum Steak. Zum Steak-Stein. Alter, der sieht ja natürlich aus. Okay, zum nächsten. Der Krone sieht nicht gesund aus. Seine Augen, ne? Der Krone sieht nicht gut aus. Der Krone sieht nicht gut aus. Der Krone sieht nicht gut aus. Der Krone kennt sich besser im Game aus als ich. Keine Ahnung. Wenn du gut im Breath of the Wild auskennst, kennt sich auch hier gut aus. Da wäre die nächste... Große Fehl. Den gibt's hier auch. Wer ist er? Der Krone sieht nicht gut aus. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Er ist26 eins. Der Krone sieht aus. Böckle, Maske. suche das Mojoe Signum ja gerne ich hab ein paar nein nicht abhauen die hauen immer sofort Abnahme er ist noch da Tabo Rasa ok scheiße so viel ich muss das langsam aufschreiben Hilfe langsam muss ich anfangen mir die Sachen aufzuschreiben wird zu viel einfach Kilten getroffen voll gut wäre ich den normalen Weg hier einfach mal am Anfang lang gegangen hätte ich ihn schon viel eher getroffen aber egal ich habe ihn äh wo ist der Schreiner da ey freudig Toma hallo hallo acrylos na wie geht es bei mir ist alles gut beeilung 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 du scheiß ding gut 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 Was ist das? Also Zeitumkehr ist schon ein cooles Feature. So, nächster geschafft. Mir gefallen die Schreine sehr gut. Bin ein sehr großer Fan von den Schreinen. So, Krogwald, denke ich, einfach hier im Weg lang. Ich könnte jetzt auch nochmal mit der Fee sprechen, aber ich weiß sowieso. Die will wieder irgendein Instrument. Und das war eigentlich mal eine extra YouTube-Aufnahme. Okay. 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 Und in einer... Also vielleicht machen wir das Sonntag. Sonntag bei den ganzen Tag nur Untergrund. Aber ich habe bislang noch gar nichts gemacht. Aber ich will nicht reindippen und dann wieder raus. Das hasse ich. Ich will mich dann komplett darauf konzentrieren. Und dafür will ich hier oben erstmal die Titanen fertig haben, alle Karten haben und den Großteil an Schreinen fertig haben. Jetzt geht es erstmal auf in den Krogwald. Und dann geht es erstmal auf in den Krogwald. Ich darf hier gar nicht durch, oder wie? Das ist auch eine Erklärung. Ich darf hier gar nicht durch. Hey. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Arme. Der Arme. einen Schlüssel brauche ich das ist mal der erste Schrein der wirklich richtig umfangreich ist oder meine ich das nur verwirrend ich habe keinen Schlüssel hier wahrscheinlich Pfeil hä wo ist der Schlüssel ich gehe nochmal zurück irgendwo habe ich einen Schlüssel vergessen hmm 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 Komm, beweg dich ein bisschen. Oh, da ist gerade schon groß der Ball. Oh, hauptsache es funktioniert. Das ist die Hauptsache. So, ich spring jetzt mal nach Kakariko und hole mir mal ein paar Dinger ab. Ich glaube ich jetzt 14 schon. Bin ich schon bei 60 jetzt? Wisse ich eigentlich. Und ich glaube ich gehe nochmal auf Energy. Energie ist so wichtig hier. Also bei Breath of the Wild habe ich bis 13 Herzen mit einem Ring ausgehalten. Hier würde ich irre werden. Ich würde wahnsinnig werden. Ich glaube ich nehme dreimal Energie. Am liebsten noch mehr. Haben wir einfach in der dritten Folge keinen Titan geschafft. Weil ich alles drum rum erstmal machen wollte jetzt. Jetzt fehlt mir nur noch ein Turm. Ich kann mich darum kümmern die Klaue zu holen von dem von dem Drachen. Ein Schrein ist noch offen. Und dann könnte man den Titanen machen. Das dem Krogwald verstehe ich nicht. Oh, wir könnten aber nochmal ganz schnell zu Kilten. Der hat doch gesagt. Der ist im. Tja. 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 Werve ich dich hier. Tja. Das war's für heute. Oh, der fliegt gerade weg. Schade. Okay, die Energie ist so wichtig, macht auf jeden Fall Energie als erstes komplett voll. Am besten sogar mit drei Herzen rumlaufen, aber dafür voller Energie. Obwohl auch nicht gut, dann bist du immer One-Hit. Dann streamst du heute, noch 10 Minuten. Ich hoffe, ich kann hier irgendwo pennen. Ey, ist da hinten nicht so ein... Ey, da ist so ein Schrein. Schrein. So ein Schreinstein. Hallo, kann ich den haben? Es gibt Schrein-Quests. Ich bin gespannt, wo der hin muss. Ich bin gespannt, wo der hin muss. Ich bin gespannt, dass ich ihn auf den Weg du bist. Aber ich bin gespannt. Deine Ahmet. Jetzt ist die Schrein. Aber ich werde das ja mal auf den Weg geben. Ich nehme meine Schrein. Da bin ich bis zum Englisch ver přilgerät. durch die wand ich musste bestimmt irgendwo richtig weit wir schleppen ein bisschen wir gehen mal raus aus Taburasa ja was ist mit Matilda Dummster Episoden kauf meine Sachen ich will Monster Zeug ok ich muss erst die Mission von Dummster machen ok das ist was für die nächste Folge hau rein Kat stellt euch vor ihr seid unterwegs irgendwo im fremden Land oder so und dann seid ihr an so einem Marktplatz und kauft euch einen Stein der größer ist als ihr selber und dann entschließt ihr euch den Stein zu tragen an Arsch der Welt das bin ich das sieht so dumm aus vor allem wenn er mir hier runter kugelt ich glaube dann habe ich richtig die Arschkarte frische Hinkelsteine ja das ist ein richtiger Hinkelstein ich weiß ich könnte es ja auch schlau machen ich könnte mir wieder irgendwie ein Luftschiff bauen und damit einfach dahin fliegen aber ich kann nicht für jeden Scheiß immer so ein Luftschiff bauen ey du Arsch ey ey Also wenn das noch hinter diesem Berg ist, dann ist es schlimm. Meine besten Zelda-Fails, da oben ist es eine Drache, ja wenn ich so zwei Reihen Herzen habe, dann gehen wir mal die Drachensachen an, ich weiß ja wo alle sind, eine Arena, eine da oben, eine am Eisgebiet, noch weiter da durch, ok, kriegen wir dich da hoch, ja oder, ist doch hier wie für dich gemacht, der wie für mich gemacht Berg, höher geht's nicht. Ok. Wir laufen noch weiter, außen rum, oben entlang. Auch schön, dass es jetzt regnet und ich nicht klettern kann. Ach, ich lieb's. Das sieht doch, das ist wie eine richtig schöne, entspannte Mission. So eine richtige Mission für mich. Wo bist du da stecken? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, stehenblieb, stehenbleib, stehenbleib, Nein, 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 nein Wieso will ich auch abkürzen? Vom Stein erschlagen. Also ich glaube, diese Mission wird dauern. Habe ich so ein Gefühl. Ich glaube, das ist so nett. Um, ein Schmerz. Mhh. man kann ja auch fahrzeuge bauen ich hätte auch eine kutsche bauen können und dann mit meinem pferd was ich nicht registriert habe ziehen können also es gibt viele einfache wege um diesen stein zu transportieren aber mein stein kann nur auf eine weise transportiert werden mit muskelkraft mit muskelkraft das ist einzige anders geht es nicht hier ich höre eine super kutsche bauen aber nein mein stein wird getragen altmodisch so velu schon jetzt hier mal runter wo der hin muss waffen tasche ist voll weiter gehts das wäre witzig ja bringste stein 1000 meter weit weg und ist das der falsche muss noch mal los einen anderen holen wenn es ein weiblicher npc ist dann ist das sogar wahrscheinlich würde ich behaupten kann es sein dass das irgendwie hier drunter ist kann es sein dass da vorne ein croc ist ich will mich aber jetzt auch nicht ablenken lassen crocs sind ablenkung ich will mich nicht ablenken tschüss so zurück zur hinkelstein mission operation hinkelstein so willst du jetzt hin du willst jetzt hier runter ja sehe ich das richtig hier willst du runter da ist doch nix im wasser das ist ja was nein wieso wieso komm Schnell 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 sehr schön Sarah gut dass 4krog autosave war ach 4krog war autosave Gott sei dank aber ich habe es ja geschafft und warum? Profi einfach ein Profi fern schnitt fern b fern 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 Mittlerweile ist es auch Nacht. Oh, was bringt mir das? Statue Göttern. Statue Göttern der Weisheit. Ja, stimmt, 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 aber der Drache, weiß nicht mehr, wo der Drache war. Kommt der hier? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. 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 ich bin gleich aus was soll der schweiß so geht das nicht meine güte ich habe das gefühl als würden die drachen sich immer abwechseln du hast ein paar tage den drachen ein paar tage den drachen lange 10 minuten schwere dich auch noch wasser blau wasser blau ja also ich glaube es ist immer nur ein drach aktiv ich habe noch nie mehrere am himmel gesehen immer nur ein macht sinn oder hier könnte ruhig ein bisschen schneller sein das meine ich ja das ganze vergessen wie soll man das mit den drachen machen muss man das per zufall wenn mal einer da ist denn bekommen oder gefällt mir nicht ja 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 das kannst du vergessen ja ja da muss ich den tag einfach nochmal vorspulen ja das kann das vergessen Was ist das? Ach mann, die Drachen lassen sich nicht beeinflussen von morgens und abends, glaube ich. Du musst halt da sein, wenn er da ist, sonst hat es Pech gehabt. Aber das ist safe der Blaue. Der muss doch auch irgendwann runterkommen. Der ist doch nicht immer da, oder? Kann er mal ein bisschen schneller? Ich überlege gerade, wie ich an den rankomme. Aber ich komme nicht an den rankommen. Wie? Also ich... Selbst wenn ich mit dem... Ich springe mal mit dem Turm hoch, aber ich glaube, so hoch kommt man nicht. Oha! Gar nicht so schlecht. Aber das schaffe ich nicht. Das ist zu weit. Vielleicht von hier. Das ist zu weit. Das hätte ich niemals geschafft. Der fliegt ja auch noch weg. Wer hätte mir entgegengekommen, vielleicht. Der fliegt ja auch nicht. ... ... ... Äh? Ich wusste jetzt, also ich, egal, ich hole mir jetzt den Turm, boah, der ist weg. Oh, ich kann es nicht anders sein. So komisch, wo ist der Drache hin? Auf jeden Fall gut, noch mal Energie genommen zu haben. So komisch, wo ist der Drache hin? 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 Grün steht für Croc. Nö, keine Lust. So komisch, wo ist der Drache hin? 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 Ohhhh! Opsala! Das war eine Superheldenlandung! Okay, man muss hier 3 Stützpunkte finden. Nervig mit dem Turm! Mega nervig! Ahhhh! So! Speichern! Das erste Mal heute. Ist ja Autospeichern, aber trotzdem. Und dann verabschiede ich mich bis morgen früh. So! 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 So!